Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Pokémon GO. Ich bin Chaos Lady und heute geht es um exklusive Wades. In Japan ist gestern Morgen, also man kann fast sagen, in dem Moment, wo ich jetzt spreche, sind das 24 Stunden her, wenn nicht sogar 25 Stunden, 26 Stunden schon her. Ja, und da haben die Japaner einen Livestream gebracht, in dem sie einen exklusiven Wade gemacht haben, oder teilgenommen haben natürlich. Und ja, natürlich, die aller, also es müssten ziemlich viele Leute vor Ort gewesen sein, leider hat man das nicht sehen können. Die haben da sehr, sehr professionell gut aufgebaut, sodass die Kamera quasi nichts von der Umgebung aufgenommen hat. Und selbst wenn man irgendwas hätte verstehen können, wenn man Japanisch versteht. Okay, so, ja, den ersten Kampf, den sie dann gemacht haben, waren gleich 20 Leute drin, sind sie gleich wieder rausgegangen und haben, glaube ich, vielleicht auch ein bisschen so abgecheckt, wie stark Mewtwo wirklich ist. Der Level-40-Spieler, Blau, der gekämpft hat, der hat ziemlich viele Maximum-Despoter gehabt. Ziemlich viele. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber mehr als sechs sind es auf jeden Fall gewesen und es kann auch sein, dass es vielleicht mehr als neun gewesen sind. Ähm, oder überhaupt gepushte, ähm, also richtig, richtig viele gute Pokémon konnte man dort sehen. Über 3000 WP und, naja, ähm, vielleicht nicht ganz so wichtig. Sie haben dann ein bisschen gewartet und sind immer mal wieder rein, um abzuchecken, wie viele noch drin sind und irgendwann waren sie nur noch zu zippt. Und sie waren nicht komplett alle Level 40, äh, leider kann man aber auf dem Screenshot nur einen, einen weiteren Spieler sehen und der ist Level 26. Also Level 26 kann man ja schon mal nicht als vollwertige Person zählen, also eigentlich könnte man fast schon sagen, sie haben es zu sechst gemacht, aber nur, wenn man jetzt noch wüsste, was die anderen für ein Level haben, könnte man vielleicht das viel besser, äh, abschätzen, was oder wie stark wirklich Neutro ist und vor allem, wie krank sind die Japaner bei Level 26. Also, ich kann auch, äh, ich kenne auch Spieler, die sind Level 26 und die haben wirklich null. Null, null, äh, null Pokémon, die gegen Mewtwo gut wären. Nicht mal ein Gengar, äh, vielleicht ein Nebulak, ja, oder vielleicht ein Apollo, aber kein gutes Gengar. Und vor allem nicht Level 30, weil sie sind ja erst Level 26. Ist ja logisch, sollte klar sein. Äh, und, ja, zu zippt, die haben Mewtwo zu zippt besiegt. Und zwar, jetzt haltet euch fest, es waren noch 130 Sekunden übrig. Das heißt, da ist noch Luft drin gewesen. Es ist halt immer noch die Frage, wie viele Spieler, was für Spieler. Das wäre wichtig gewesen, aber das geht aus dem Video leider nicht hervor. Kann man auch meistens gar nicht immer demonstrieren. Vielleicht, weil es, falls es euch aufgefallen ist, in meinen letzten Videos, habe ich immer versucht zu zeigen, wer so alles mitgespielt hat. Und da fällt schon oft auf, dass nicht alle in der Lobby angezeigt werden, die wirklich dann teilgenommen haben. Schade, ist aber so. Und oftmals vergesse ich es auch. Das kommt auch noch dazu. Aber okay. Ja, Mewtwo hat eine Basisfangrate von 6%. Und was ist? Die Japaner haben es nicht gefangen. Die hatten 12 Bälle. Haben einige Male, nicht sehr häufig, also nicht mal die Hälfte davon, war einfach fabelhaft. Oder vielleicht gerade so die Hälfte. Ich habe es jetzt nicht hundertprozentig gezählt, also sorry. Den Livestream könnte ich ja mal verlinken in die Beschreibung. Auf jeden Fall besser als die ganzen Videos, die, ich sag mal, geklaut worden sind. Also sich einfach das Video runterzuladen, dann zu beschneiden, Musik draufzulegen und dann zu veröffentlichen, finde ich halt schon ein bisschen dreist. So macht man Aufrufe. Finde ich nicht so schön. Naja. Aber wer so ehrlich ist, hat eventuell auch wenig Erfolg auf YouTube. Daher, ja, egal. Nicht so wichtig. Absolut nebensächlich. Fangen wir, machen wir weiter. 12 Bälle. 12 Bälle. Und davon vielleicht 6 mal einfach fabelhaft. Und 6 mal total verworfen. Oder vielleicht great. Also großartig. Aber, ja, ist, ist nicht so einfach. Ist nicht so einfach. Was sage ich da? Ähm, ich denke schon, dass man es leicht treffen kann. Aber derjenige, der geworfen hat, war ein bisschen aufgeregt und hat wahrscheinlich dann, ja, es einige Male versemmelt. Schade. Sehr, sehr schade, dass er es nicht gefangen hat. Und vor allem, das war ja der erste und vorerst letzte Waste in Japan. Aber ich finde, das sah eigentlich recht flüssig und gut aus. Und ich denke und hoffe, dass die Beta-Phase oder diese Feldtests dadurch sehr schnell abgeschlossen sind. Was mich eigentlich wundert, dass es, äh, dass es eigentlich noch nichts aus der, ähm, aus der USA gekommen ist, ähm, weil eigentlich ja dort auch schon ein Raid stattgefunden hat. Aber anscheinend ist das Videomaterial noch nicht so schnell hier rübergekommen. Ich hatte aber auch gestern Abend keine Zeit, ähm, diese auszuwerten und mal durchzustöbern, ob auf YouTube irgendwas verfügbar ist. Die englischsprachigen, die englischsprachigen YouTuber haben nämlich auch erstmal nur von diesem Japan-Rate berichtet. Und hab jetzt natürlich nur einen angeguckt und nicht gleich fünf, aber okay, so viel Zeit hab ich einfach nicht. Ich hoffe, das, ähm, passt so. Wie gesagt, die Screenshots hab ich euch gezeigt. Ähm, ja, ich hab hier... Es ist immer wieder lustig, manchmal sollte man nach einem Raid nicht immer gleich nach Hause gehen, sondern vielleicht dann doch mal in den Tracker schauen und sich überraschen lassen. Und vor allem, wenn jemand sagt, hey, da ist ein Relaxo, vielleicht auch mal ernst nehmen und sagen, echt? Ist da ein Relaxo? Alles klar, dann gehen wir doch hin und fangen ein Relaxo. Also, ja, das Witzige ist, äh, ich mit fast alleinigen, ähm, über Level 30 bekomme hier ein Bonbon-Spender-Relaxo, ne, weil man da schön Sanana-Beere draufwerfen kann und das dann auch fangen kann. Und alle anderen Spieler, die unter Level 30 sind, haben dann richtig hohe WP-Zahlen bekommen. Ja gut, äh, ich sag mal so, was soll's, macht nix. Ich brauch ja nicht unbedingt ein Relaxo, das richtig, richtig gut ist. Äh, ich hab mein 100% Relaxo, ich bin glücklich damit. Es ist auf, es ist, es ist ziemlich hoch, äh, es ist nicht auf Maximum, weil's gerade nicht wirklich viel Sinn macht, da seinen Sternenstaub zu investieren, weil's, äh, man eigentlich nur in die Arena setzt und sobald die Motivation am Ende ist, ist Relaxo dann auch keine Herausforderung und von daher, eine Herausforderung ist eigentlich nur ein Hythera, das gefüttert wird und das ist hier nicht der Fall. Und Pokémon Go Hub hat übrigens, ähm, festgestellt, nein, hat berichtet, dass es Berichte gibt oder dass es Posts gibt oder, ähm, Beobachtungen, genau, es gibt Beobachtungen, dass die Raid-Eier auftauchen. Ich weiß jetzt nicht, ob alle Raid-Eier damit gemeint waren oder vielleicht nur die legendären, was natürlich, äh, da weiß man immer, was rauskommt aktuell. Und freut ihr euch, äh, also ich denke mal, einige werden sich freuen, dass die Raid-Eier wieder da sind, weil man dann einfach weiß, hey, in zwei Stunden taucht da ja der nächste Raid auf und man weiß schon ungefähr, was kommt. Äh, blöd ist nur, wenn es dann ein, äh, Vierer-Weight ist und der Vierer-Weight ist dann ein... Labras, zum Beispiel. Auch wenn Labras vielleicht nicht so schlecht ist, aber die meisten nutzen es nicht zum Angreifen, daher kann ich das eigentlich auch ganz gut verstehen. Äh, ja. Und theoretisch, ja, die Raid-Eier werden super toll, weil man dann einfach weiß, ähm, also es ist halt auch die Frage, was passiert nach dem Ei? Ist dann nach dem Ei trotzdem noch zwei Stunden Zeit? Wäre natürlich trotzdem super, obwohl zwei Stunden doch schon sehr lang ist. Wenn schon eine zweistündige Vorankündigung da ist, könnte man ja auch vielleicht eine Stunde. Ich weiß nicht, also ich bin da ein bisschen zweigeteilt, äh, könnt ihr mir ja gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das so seht und, und, ähm, wie heiß seid ihr auf New 2? Und, ähm, ja, es sieht momentan leider wirklich so aus, dass nur die Leute, die eine Einladung bekommen haben, auch spielen dürfen und das ist wirklich sehr schade. Und, ja klar, aktuell sind die New 2 Rates wirklich sehr selten und eventuell sind sie aber auch selbst mit Einladung später, wenn es dann, äh, wenn es dann wirklich regelmäßig passiert, äh, auch sehr selten. Vielleicht kriegen sie es ja wirklich hin, dass pro Stadt nur ein einziger exklusiver White am Tag stattfindet. Was ja okay wäre. Oder wie seht ihr das? Ich würde sagen, das Video ist zu Ende. Bis zum nächsten Mal! Tschüss! 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 Vielen Dank.